Steht Lewis Hamilton auf der Pole, der Mercedes dominierte das gestrige Qualifying und mit diesem Motorvorteil kann man sich kaum vorstellen, dass irgendeiner ihm heute den Sieg streitig machen kann. Es ist sicherlich von Vorteil für einen Fahrer ganz vorn zu stehen und sich nicht um die Abgase und die Überhitzung durch ein Auto vor einem befassen zu müssen. Was denkst du, was ihn... Keine Heldentaten in der...